So, da sind wir wieder. Wir sind jetzt endlich hinter den ganzen Gruben auf der linken Seite auch mal rausgekommen. Hier ist ein Dreher drin. Aber das soll uns nicht abhalten. Wir gucken mal ganz kurz, was hier ist. Ein Dreher in einer Sackgasse. Na gut, drehst du uns gleich wieder. Wir gucken nach Norden. Jo. Wir gucken nach Norden. Äh, nach Westen. Das ist hier kein weiterer Dreher, nur noch eine Sackgasse. Also, Norden, Norden, Westen, 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 Westen. Nö, war wohl der einzige Dreher da hinten. Okay. Einfach mal in den Schwarzen schmeißen. Irgendwas treffen wir schon. Und der hätte uns auch fast getroffen. Der kriegt echt fast keinen Schaden durch Säure. Ah gut, seine Rüstung hält noch. Dafür hat er fast keine Lebenspunkte mehr und wir haben mal wieder keine... Oh. Keine Tränke. Auch wenn hier scheinbar nicht der beste Ort ist, um zu rasten. Denn es kommt immer wieder Gegner. So, jetzt höre ich aber nichts mehr. Also, auf ein neues, ihr Heiler. Auch wenn ihr fast keinen Mahler mehr habt. So, Elijah auch. Eigentlich können wir uns den Bogen mit dem komischen Stock gleich sparen und sie durchgehend nur mit Flaschen in der Hand rumlaufen lassen. So, die trinken aber nur das, was sie auch brauchen, um die Wunden zu heilen. Den Rest können wir durch Schlafen regenerieren. Und wir wollten eigentlich bessere Tränke machen, richtig? Richtig. Und das habe ich, glaube ich, eben gerade schon, ohne drüber nachzudenken. Ne, der ist falsch. So, schlafen. Gift kommt soweit klar. Gut, gut. Heiltrank, Heiltrank. So, Cosmog h2, Zeta h2, Nabi hat keine. Nabi h2. Und Elijah h2. Und Nabi macht noch zwei Vorrat. Wieder Bogen in die Hand, auch wenn er fast nie schießt. Und schleudert, weil der Stab ist komisch. So. Gut, gut. Nochmal schlafen, damit wir noch Mana haben für die Giftbolzen. Einen Feuerball können wir immer noch nicht sprechen, richtig? Richtig. Schade. Das würde wahrscheinlich wesentlich besser gegen diese Säuregegner helfen. Aber man kann nicht alles haben. Wahrscheinlich habe ich das auch irgendwo mal wieder übersehen. Weil es kann eigentlich nicht sein, dass wir in dem Level, wo wir jetzt schon sind, also in der Ebene, in der wir jetzt schon sind, noch keinen Feuerball sprechen können. So. Oh, wir wollten eigentlich den Kompass auch noch in der Hand behalten. So. Also Süden. Wir sind nach Süden gelaufen. Ich dachte, wir sind weniger seitdem nach Norden gelaufen. Aber scheint richtig zu sein, weil da ist eine Treppe. Warum auch immer hier eine Treppe ist. Ein Dänentrank. Dän ist eigentlich Englisch für Däne. Aber gut. Und einen blauen Kristall. Und noch eine Sackgasse. Oh gut. Dann müssen wir jetzt Richtung Treppe. Und da war auch noch eine Abzweigung. Also es geht einmal runter. Wohin auch immer. Und noch einen Dänentrank. Nein, einen Kuhtrank. Ja, wir wissen noch nicht, was das alles macht. Also klar, ich könnte nachgucken. Aber ich warte lieber, bis ich Zettel finde. Wo es denn drauf steht. Und hier ist nichts mehr. Okay, dann gucken wir doch mal da runter. Auch wenn das eigentlich kein... Oh. Äh, ja. Skelette mit Gift werden wohl keinen Schaden machen. Oh, du kannst testen. Hm. Skelette kriegen wohl doch Giftschaden. Vielleicht ist es doch gar kein Giftangriff, sondern ein Säureangriff. Aber wir hatten schon mal eine Notiz gefunden. Da stand eigentlich drauf. Poison, oder? Egal. Hauptsache, wir wissen, es macht Schaden. Ob es viel Schaden macht oder nicht, sei dahingestellt. Und hier haben wir einen Wenn-Trank. Das ist eine Bombe. Die kenne ich auch noch. Die kann man nur einmal benutzen, dann ist sie kaputt. Die kann man auch später selber herstellen. Aber dann opfert man halt jedes Mal eine Flasche. Was kein sehr guter Tausch ist. Außer man hat richtig, richtig viele Flaschen über. So, da unten drin ist nix. Das Ding, da kann man auch nicht anklicken. Und. Klick. Ah, wir sind jetzt unter dem Gruben-Rätsel. Das heißt, wir können jetzt hier irgendwo in den Teleporter reinspringen, wenn ich ihn mal finden würde. Und sind gleich wieder bei den ganzen Räumen. Schöne Sache. Das heißt, es fehlt jetzt nur noch eine Tür. Und ihr werdet wahrscheinlich wissen, was dahinter ist. Und mir schwant es auch schon übel. Der Teleporter-Raum. Tada. Ja, wie gesagt, den College-Block verbrennen war dann doch so keine gute Idee. Ich werde jetzt erstmal probieren, einfach so zu spielen und ein Muster zu erkennen. Was ich denn wahrscheinlich nicht werde und dann wieder meinen College-Block rauszücke. Aber schauen wir mal. Wir gehen nach Osten. Finden einen Spiegel. Okay. Wir gehen wieder nach Osten. Ja, Osten. Finden einen vergifteten Dart-Pfeil. Gehen wieder nach Osten. Und sind wieder am Anfang. Okay. Das Ganze machen wir jetzt nochmal mit Westen. Da ist Norden. Dann ist hier Westen. Wir können nicht weiter nach Westen gehen. Hey, aber da scheint es weiter zu gehen. Gehen wir mal weg von der Tür? Nein. Wir gehen mal hin zu dem Ausgang. Nein. Wir gehen mal schräg weg vom Ausgang. Kommen wir irgendwo in die Mitte. Gehen wir nach Norden. Sind wir hier? Okay, wir gehen weg schräg von dem Ausgang. Sind wieder in der Mitte. Und gehen jetzt nicht nach Norden, sondern gehen nach Westen. Und wieder am Eingang. Seitlich. Wir gehen nicht nach Norden. Wir gehen nicht nach Westen. Wir gehen nach Süden. So, wieder am Eingang. Gehen wir wieder hier hin. Wieder seitlich. Wieder hier hin. Wir gehen nicht nach Norden. Wir gehen nicht nach Westen. Wir gehen nicht nach Süden. Wir gehen nach Osten. Und sind wieder da. Hm. Schade. Also vorwärts Richtung Ausgang geht es zum Eingang. Weg vom Ausgang geht es zum Eingang. Und die Seitengänge hiervon haben wir jetzt auch schon alle ausprobiert, wenn ich das richtig gedrückt habe. Norden bringt uns wieder hier hin. Westen bringt uns zum Ausgang. Das ist Norden, das ist Westen, das ist Süden. Bring uns wieder zum Ausgang. Seitenschritt. Norden, Westen, Süden, Osten. Wieder hier hin. Okay. Also hier ist eine Sackgasse. Das heißt, wir gehen nicht geradeaus. Das hätten wir jetzt schon mal geklärt. Also wir gehen nach links. Links ist Süden. Wir gehen nicht nach Süden, denn Süden bringt uns direkt wieder zum Eingang. Also gehen wir nach Norden. Da kommen wir irgendwo raus. Gehen wir wieder nach Norden. Kommen wir wieder da raus und das hier ist eine Sackgasse. Also. Norden. Norden. Nee, nicht Norden, Norden. Norden, dann nicht nach Norden. Also wir haben Westen und Osten zur Auswahl. Ich nehme mal Osten. So, wir gehen ganz woanders. Norden ist eine Wand. Osten. Eingang. Okay. Wir gehen nach Norden. Wir gehen nicht nach Norden. Wir gehen nach Osten. Und dann nicht nochmal nach Osten, sondern nach Westen. Hm. Ups. Jetzt habe ich irgendwo raufgeklickt und weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Wir gehen einfach nach Norden. Hier waren wir schon mal. Also am Norden ist eine Wand. Wir sind schon einmal nach Osten gegangen. Das hat nichts gebracht. Wir sind nach Westen gegangen, kamen irgendwo raus, wo ich dann die Übersicht verloren habe. Also gehen wir nochmal nach Westen. Das ist jetzt komisch, wenn wir sind wieder im Eingang. Also wir müssen nach Norden. So viel hätten wir schon mal geklärt. Wenn wir nochmal nach Norden gehen, geht es nicht weiter. Wenn wir nach Osten gehen, gibt es eventuell noch eine Möglichkeit. Aber na gut. Also wir gehen einmal nach Norden. Dann gehen wir nach Osten. Dann landen wir hier. Wenn wir hier nochmal nach Osten gehen, landen wir im Eingang. Also Norden, Osten, nicht nochmal Osten. Gehen wir Süden. Kommen wir hier hin. Hier ist eine Sackgasse. Also Norden, Osten, nicht Osten, nicht Süden, also Westen. Das schreibe ich mir jetzt mal kurz auf. Also Norden, Osten, Süden. Dann landen wir in einem Ort, wo im Westen eine Wand ist. Schreibe ich mir auch auf. Im Westen ist Wand. Guck, Guck, Steinmensch, Gerugon spricht Norden. Bringt uns zum Eingang. Also schreibe ich auf, nicht Norden. Testen wir mal, ob wir wieder genau da hinkommen durch meine kleine Notiz. Also wir gehen nach Norden, wir gehen nach Osten, wir gehen nach Süden. Nein, wir kommen nicht da an, wo ich es aufgeschrieben habe. Also Norden, Osten, Westen. Ja, es war Norden, Osten, Westen, nicht Norden, Osten, Süden. Also wenn man vom Eingang aus Norden, Osten, Westen geht, kommen wir hier hin, wo eine solide Wand ist im Westen. So, hier sind wir schon mal testweise nach Norden gegangen, da ging es nicht weiter. Also gehe ich jetzt nach Osten. Und wir sind irgendwo ganz anders gelandet. Also Osten geht schon mal. Das heißt, ich habe mir Osten aufgeschrieben. Und jetzt gehen wir nach Norden und kommen wieder zum Eingang. Also schreibe ich da drunter, nicht Norden. Ja, es ist wieder so eine schöne, unübersichtliche Folge, da kann ich nichts dran ändern, leider. Ja, aufhören zu reden, mehr Rätsel lösen. Wir müssen nach Norden, wir müssen nach Osten, wir müssen nach Westen. Wir sind da, wo im Westen die Wand ist. Da gehen wir nicht nach Norden, da gehen wir nach Osten. Und hier gehen wir jetzt nicht nach Norden, sondern einfach mal nach Westen, schreibe ich mir auf. Wir gehen nicht nach Westen, weil hier ist wieder die Sackgasse. Also, nochmal. Norden, Osten, Westen, Wand im Westen. Wir gehen nicht nach Norden, wir gehen nach Osten. Und hier dürfen wir jetzt nicht nach Norden gehen und nicht nach Westen. Also hier wäre Norden, da wäre Westen, also können wir nur noch nach Osten. Und das bringt uns zurück zum Eingang. Also haben wir alle drei Möglichkeiten da auch ausgeschlossen. Das heißt, wir gehen jetzt nach Norden, Osten, Westen. Hier dürfen wir nicht nach Norden gehen. Wir dürfen auch nicht nach Osten gehen, das haben wir die letzten drei Male ausprobiert. Also bleibt nur noch eins übrig. Der Süden. Gut. Also ich schreibe, unsere neue Folge ist jetzt Norden, Osten, Westen, Süden. Wenn wir Norden, Osten, Westen, Süden gehen, landen wir hier in der Mitte. Schreibe ich mal auf. Also Norden, Osten, Westen, Süden. Wir sind in der Mitte. Wir sind die Mitte. Allen seins. Und wir gehen nach Norden. Das sieht wie eine Sackgasse aus. Nein. Es sieht aus wie ein Platz, wo wir schon mal waren. Mit der Wand im Norden. Also wir sind von der Mitte aus nach Norden gegangen. Und da ist eine Wand im Norden. Wand im Norden. Also wir gehen jetzt von hier mal nach Westen. Geht nicht. Also nicht Westen. Wir gehen noch mal Norden. Osten. Westen. Süden. Wir sind in der Mitte. Von der Mitte aus sind wir nach Norden gegangen. Mit der Wand im Norden. Und wir dürfen nicht nach Westen gehen. Gehen wir mal nach Osten. Wir sind durch. Ha! Okay. Also für alle, die hier auch nochmal festhängen. Die Reihenfolge ist Norden, Osten, Westen, Süden. Norden, Osten. Ja. So wird diese Folge heißen. Definitiv. Eigentlich haben zwar bei Dungeon Master meine Folgen keinen Namen. Aber die wird einen Namen bekommen. So. Und jetzt kriegen wir hier hoffentlich irgendeinen wichtigen Gegenstand. Und können gleich wieder raus. Ich höre ein Wusch-Wusch. Wusch-Wusch kaputt. Und ein Schalter, der wahrscheinlich die Dinger dazu macht. Und wofür ist die Druckplatte? Ha! Star Rooms. Also Räume, wo man Dinger auch bewahrt. Wie kriegen wir dich auf? Hm. Schauen wir erstmal da rein. Das sind ganz schön leere Vorratskammern. Gehen wir erstmal links lang. Ist auch nichts. Ich höre ein Schleimgeräusch. Wahrscheinlich hat der alles aufgegessen. Zick, zick, zick. Und Ninja hat nicht gereicht. Ux. Keine Munition. Jan, komm. Das Schießen ist doof. Ach. Ach, komm her. Stirb. Stirb. Oh oh. Ich bin mir auch nicht sicher, wo er Rüstung zerstören kann. Vielleicht kann er nur im Nahkampf Rüstung zerstören. Das heißt, wir sollten definitiv nicht näher rangehen eigentlich. Oh, und der droppt Giftbomben. Nicht schlecht. Trotzdem hätte ich gerne meine Pfeile zurück. Und Stein dahin, auch wenn wir den Kompass eigentlich ganz gut gebrauchen können. Aber was soll's. Zack. Zack. Und was hast du bewacht? Komisches Schleimding. Noch eine Sackgasse. Und noch eine Sackgasse. Ja gut. Also hier geht's nicht weiter. Hatten wir vorher noch irgendwo eine Abzweigung. Kommen wir hierher? Ja, hier kommen wir her. Also da lang, da lang, da lang. Hier rechts war das Schleimdingens. Links ist die Sackgasse. Okay, hier ist gar nichts. Außer das Schleimdingens und eine Giftbombe. Dann machen wir mal das Ding da kaputt. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und kaputt. Keine Horden von Gegnern, die wir nicht wieder aufhalten können. Nee, gut. Dafür noch eine Hasenpfote. Und eine Goldmünze. Um nicht zu sagen, noch eine Goldmünze. Und noch eine Tür, die wir kaputt hauen können. Hm. Vielleicht wird die Tür geöffnet durch die Druckplatte. Vielleicht sollten wir allgemein was rauflegen. Das macht nicht Klick. Hm. Okay, nächste Tür kaputt. Auch keine Gegnerhorden, die uns entgegenstürmen. Dafür der dritte blaue Edelstein. Wobei mir auffällt, in der einen Tür, also in einer der Schatzkammern war gar kein blauer Edelstein, sonst hätten wir jetzt vier. Hm. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass der Stab der wichtige Gegenstand war. Ah, jetzt muss ich nur noch rausfinden, in welchem Raum das war. Aber gut, wir haben das Teleporter-Rätsel auch gelöst. Und ich bin eh schon am Überziehen. Also, springen wir gleich in den nächsten Teleporter, landen da wieder im Hauptraum. So, Hauptraum, wo bist du? Hier ist der Hauptraum. Und dann speichern wir mal ab. Nach getaner Arbeit. LP 012. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.